Aber, ah, nee, ich krieg's nicht hin. Was haben wir noch so für Kommentarstile? Über die Rage-Kommentarstile auf YouTube. Ach, ein gutes Beispiel, auch wenn er vielleicht damit nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden will, ist der Mirko LP. Ausraster vom Allerfeinsten bei Mirko LP. Anders kann man es nicht beschreiben. Was haben wir noch so für Stile? Hm, hm, hm. Ach, es gibt noch so viele. Aber herausragende Beispiele, es gibt garantiert noch... Ach, es gibt so viele. Auf jeden Fall muss man sich, oder denke jedenfalls ich, dass man es sollte, wenn man denn Let's Plays auf YouTube macht, irgendwann mal die Frage stellen, was ist mein Stil? Und jetzt sind wir wieder da am Anfang, da, wo ich hin wollte, nämlich bei der Fragestellung, was ist mein Stil? Also, jetzt nicht allgemein gesagt, sondern was ist mein Stil, auf den ich achte? Wenn ich, so wie jetzt zum Beispiel, Kommentare mache. Ja, Kommentare relativ, hm, wohl eher Let's Plays. Ich mache ja keine Commentaries, da kann ich nachher auch noch drauf eingehen. Auf was achte ich? Hm, überlegen wir mal ein bisschen nach. Ich versuche, freundlich zu sein. Ganz, äh, Wichtiges. Ich versuche, wirklich beim Sprechen auch zu grinsen, weil wenn man das macht, dann kommt es viel freundlicher rüber. Habt ihr das gerade gemerkt? Jetzt habe ich einfach mal neben dem Sprechen gezwungen, gegrinst. Und das reicht schon, dass man auf einmal, ja, viel besser, ja, drauf ist. Und das lässt sich natürlich auch in der Stimme wahrnehmen. Was ich auch noch mache, ist einfach, ich versuche so ausgewogen und ruhig wie möglich zu kommentieren. Von wem ich mir das abgeguckt habe, das ist ganz einfach, das habe ich mir damals von Blackhands Commando abgeguckt, dem ersten Let's Player, den ich auf YouTube gesehen habe. Und der hatte immer so eine ruhige Art, das ist mir total gefallen. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, wenn du mal Let's Plays machst, dann machst du das doch auch. Und nach wie vor muss ich sagen, auch wenn ich jetzt seinen Stil nicht irgendwie nachgemacht hätte oder sowas, es macht mir extrem Spaß, ruhig zu kommentieren. Ausrasten ist nicht so mein Stil. Da gibt es andere Talente, die das weit besser können und bei denen das auch weit besser ankommt als bei mir. Was haben wir noch so für Kommentarstile? Ne, so weit war ich gar nicht. Auf was achte ich denn noch so? Auf flüssiges Sprechen, ganz wichtig. Nichts ist schlimmer bei jüngeren Let's Playern oder Anfängern, wenn sie so, ja, jetzt setzen wir hier 35, oh, ich habe die ID vergessen. Ah, orange Wolle, 35, oh, scheiße, jetzt klingelt mein Handy. Ja, sowas in die Richtung. Es muss schon gar nicht so überzogen sein, wie ich es jetzt gerade als Beispiel natürlich mal gemacht habe. Aber ich glaube, es kommt doch relativ gut rüber, was ich damit meine. Und zwar, dieses Satz abgestocke, das macht nicht viel Spaß zum Zuhören. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Gerade hier, bei diesem fetten Klumpen mit allen Drohnen dran, ist das extrem schwer. Ja, weil mein Gehirn natürlich viel nebenher arbeiten muss zum Kreativsein. Ja, so blöd, wie es sich auch anhört, es ist so. Auch in Shootern ist das übrigens nicht allzu einfach, weil da ist die ganze Zeit Action um einen rum und man kann sich eigentlich kaum drauf konzentrieren, was man denn gerade im Moment kommentiert und was man spricht. Also ist auch das nicht allzu easy. Die Halle ist zu groß, merke ich gerade. Hm, 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 was machen wir da, was machen wir da, was machen wir da? Hm, ich muss erstmal jetzt kurz das Thema unterbrechen, um ein bisschen mir Gedanken zu machen zu dieser ganzen Halle hier. Kettenreaktion, Kettenreaktion Ich könnte höchstens die halbe Halle damit ausfüllen Na gut, dann machen wir eben nur die halbe Halle mit Kettenreaktion Machen doch noch einen kleinen Jump Hör auf damit, einen kleinen Jump und Run rein Zurück zu meinem Thema Was, ach ja genau Dann, boah, jetzt habe ich mein Thema Komplett verloren, weil ich mir kurz Gedanken Hierzu gemacht habe La 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 la, Anfänger Was nicht so toll kommt Und genau deswegen versuche ich eben so stockende Sätze Total zu vermeiden Ein wunderschönes Beispiel ist auch Hier, auch wenn ich ihn jetzt Anschwärze damit, oder nicht anschwärze Aber ich meine das jetzt nicht negativ Aber es ist nochmal so, Gamla Let's Plays Oder Gamla IP, ich weiß Nicht mehr genau, wie der Typ heißt Das ist dieser Kanal, der von den Außenseitern aufgemacht wurde und Extrem gepusht wurde von ihnen Der jetzt 10.000 Abonnenten hat und der jetzt glaube ich Schon seit Monaten kein Video mehr hochgeladen hat Das hat man richtig gesehen Dass es noch ein Anfänger ist, weil Naja, alles mit Satzstockern Und so weiter Und um zu einem Ende zu kommen hier drin Auch ohne Verspreche, wie ihr sie gerade gehört habt Genau deswegen versuche ich so flüssig wie möglich Zu kommentieren Es soll einfach ein angenehmer, deutlicher Sprachfluss sein, den man gut verstehen kann Der ruhig ist, der ohne Ausraster In sich geschlossen funktioniert Das ist mein Kommentarstil und den versuche ich natürlich zu perfektionieren Tatsächlich ist diese Perfektion Eins der Dinge, die mich am meisten Beschäftigen Zusammen mit meinem Kanaldesign Was ich gerne mal selber überarbeite Und das jetzt nicht unbedingt perfekt ist Aber es ist nun mal so, wie es ist Und was beschäftigt mich noch auf YouTube Ja, Kommentare natürlich Ist tatsächlich Dieses Ich muss mal schnell hier kurz pausieren Um hier was reinzubauen Scheiße war's Da müssen wir nachher umbauen Okay Tatsächlich ist dieser Kommentarstil Das, was ich versuche zu perfektionieren Das, was mich auch beschäftigt Beim Let's Playen Auch da muss man natürlich sagen Es gibt Tage, an denen bin ich nicht so gut Und es gibt Tage, an denen läuft einfach das Wort Gerade flüssig über mich Gerade wie heute Abend Ich kann einfach labern und labern und labern Und es fällen mir immer neue Themen ein Und neue Sätze Sowas ist optimal Solche Videos, die gefallen mir dann selber auch Aber wenn ich jetzt gerade Tage habe An denen ich jetzt nicht so gut bin Und nicht so klasse drauf Ja, da ist manchmal tatsächlich Der Wille da einfach aufzugeben Und die Aufnahme nochmal zu machen Tatsächlich gab es auch Zeiten Wo ich solche Aufnahmen dann wiederholt habe Was ich inzwischen nicht mehr mache Weil ich inzwischen, Gott sei Dank Auf einem Level bin, wo ich Ja, eigentlich meistens so kommentiere Und deswegen die paar Fehler, die ich manchmal drin habe Die sind ja egal Letztlich will ich damit eins erreichen Und zwar, wenn ein Video auf meinem Kanal steht Und das tust du nun mal Weil, welches Video habe ich eigentlich gerade promotet Auf meinem Kanal Normalerweise eigentlich immer das Neueste Dann repräsentiert mich dieses Video Natürlich, irgendjemand kommt auf meinen Kanal drauf Sieht dieses Video Dank Autoplay Für den ich mich nicht schäme Weil YouTube lebt nur mal durch Selbstwerbung Und solange ich nur Autoplay an habe Ist das ja was ganz anderes Wie wenn ich jetzt auf andere Kanäle gehe Und Werbung für mich mache Also habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen Dafür Äh, davon Dafür Da Deshalb Deswegen, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen Das war jetzt gerade wieder so was gefährliches Äh, habe ich Jetzt habe ich echt mein Thema vergessen Scheiße Nach 19 Minuten habe ich zum ersten Mal Nach so schönen Labern mein Thema vergessen Äh, Moment mal Ich muss mal kurz nachdenken Das jetzt hier nebenher Das ist wieder total komplex und umfassend Und, ja Genau, dieses eine Video repräsentiert mich natürlich Und dieses eine Video Entscheidet unter anderem auch Ob derjenige jetzt auf meinem Kanal drauf bleibt Oder ob er weitergeht und denkt Hm, das ist jetzt nicht so der Hammer Macht zwar hübsche Videos Aber interessiert mich jetzt nicht so Weil neben dem Spiel natürlich Das den Zuschauer interessieren muss Ist natürlich die Stimme das Markenzeichen Wie, und jetzt verweise ich schon wieder auf Lightcatcher Lightcatcher schon gesagt hat Es ist, unser Markenzeichen ist unsere Stimme Oder war es Commander Krieger? Ich bin mir gar nicht sicher Guckt euch mal diese Videos vom Hm, ne, das sieht nicht gut aus Guckt euch mal die Videos vom YouTube User Kongress an Auch wenn sie von Game Insight Auf den Kanal Da sind sie hochgeladen Und das ist wirklich Das ist wichtige Sachen Das sind wirklich Das ist Wissen Das ist gut aufbereitet Und das finde ich selber auch total genial So, jetzt hierhin zurück Ich werde jetzt hier Und jetzt breche ich tatsächlich das Thema ab Ich glaube nämlich, dass ich Zwar nicht alles, aber vieles dazu gesagt habe Sowas wird es auch in meinem Minecraft Let's Play Ohne Ende geben, hey Ich werde ein Thema nach dem anderen angreifen Und das auseinandernehmen Warum denn auch nicht, ne? Das erinnert mich auch ein bisschen an Commentaries Die ich eigentlich noch analysieren wollte Aber es geht hier um ein Let's Build Und nicht ein Let's Laber Alle zu, bis sie aufgehen und nach Hause gehen Und weinen und sich ritzen Weil sie es nicht mehr aushalten Deswegen zurück zum Thema Hier setze ich jetzt Fackeln Ich muss gerade gucken, in welchem Abstand die ich setze Weil ansonsten sieht das ein bisschen schlecht aus Eins, zwei, dry Auf die dritte setze ich eine Fackel Die schwebt aber sexy in der Luft Eins, zwei, dry Und das parallel dazu natürlich hier Und jetzt muss ich hier irgendwie Einen hübschen Abstand finden Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Eins, zwei, drei, vier, fünf Okay, probieren wir es mal Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Weg da Eins, zwei, drei, vier Hey, it's magic Ich bin mir nicht sicher Vielleicht habe ich mich jetzt um eins verzielt Aber das wird einem, der es durchspielt Dann hoffentlich nicht auffallen Genauso wie diese schwebenden Fackeln Das erinnert mich stark an Harry Potter Harry Potter und der Stein der Weisen Jetzt habe ich gerade einen Namen genannt Jetzt kriege ich Hobbyrides-Verletzungsprobleme Als ob So, hier oben setzen wir auch noch ein bisschen Lightstone hin Weil hier ist es echt extrem dunkel drin Und ich will die Wollwelt bis jetzt eigentlich nicht so dunkel machen Auch hier muss ich natürlich nachher Glas drüber legen Damit der Blitz nicht einschlägt Ist ja klar Also, ne, Glas und so Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier drin Auf jeden Fall ist es hell genug Ich weiß gar nicht, auf welcher Helligkeitsstufe wir gerade spielen 50 Prozent Perfekt So, jetzt fängt der Spaß an Wie machen wir das am besten? Ich brauche irgendeine Wolle, die auffällt Gelb und Grau Ich erkläre euch gleich, was ich damit vorhabe Gelb Und Grau Okay, sieht scheiße aus Wir gehen damit dahinter Ich setze jetzt hier einen Schalter Zentral in die Mitte rein Schalter, 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 Schalter Und mit dem wird dann eine Kettenreaktion Hier drin ausgelöst Das kann ich jetzt gleich schon mal mit einem Schild hier andeuten Ähm Bla, 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 bla Wo ist das Schild? Das ist natürlich hier hinten Ich erinnere mich Und jetzt habe ich gerade das Fenster aus Versehen verschoben Weil ich spiele ja hier gerade in einem Minecraft Fenster Und ach du Scheiße Moment, ich muss mal kurz nachgucken, was das für Auswirkungen hat Sowas habe ich noch nie gemacht Da, 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 da Scheiße, Scheiße, Scheiße Hm Okay, aber ich bin noch am Aufnehmen Das heißt, es wurde einfach nur ein neues Dinger, ein neues Video jetzt gestartet von Fraps Weil ich habe gerade aus Versehen Hier unten Bin ich drangekommen Als ich mir versucht habe ein Item zu geben Auf Next Und habe das Ganze hier verschoben Das heißt, es wird jetzt ein minimaler Schwarzer Rand irgendwo zu sehen sein Das tut mir leid Das war so nicht geplant Viel Spaß bei der Kettenreaktion Die natürlich nicht hier hin passt Das heißt, wir dürfen oben anfangen Ganz einfaches Prinzip Hat man zwei Zeilen Fängt man in der zweiten Zeile an Hat man drei Zeilen oder mehr Fängt man in der ersten Zeile an Damit alles schön zentriert aussieht Viel Spaß bei der Ketten Na, Leerzeichen sollten wir dann auch noch verwenden Ketten Reaktion 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 Hinter dir Hinten drin, hallo Hinter dir Smile Passt natürlich nicht hin Kurzer Smile